Dann hat man immer so eine Entree. Ja, oder nur für sechsspännige Kutschen. Christoph, aber ich glaube, der iPhones wartet jetzt mit... Wem? Wo? Harald Pichowetz. Sehr gut. Ich fühle mich jetzt wirklich hier zu Hause, meine Damen und Herren. Da sind Sie die neun Dancing Stars, die hier mit Herzklopfen stehen, obwohl es wird bei uns nie so kurz sein im Dancing Star Studio. Guten Abend, Susanna Hirschler. Servus. Wie ist der Walzer können? Beim Walzer sind wir noch nicht. Also jetzt sind wir beim Clickstep und dann kommt der Paso Doble. Greger, wie schaut es bei dir mit dem Tanzen aus? Ich glaube, der Walzer ist der einzige Tanz, den ich wahrscheinlich zusammenbringe. Das Eba-Sharki-Lukan. Das ist wunderbar, es macht sehr viel Freude. Also mit Katrin haut der Walzer schon ganz gut hin. Schauen wir mal, ob er heute mit Marschan auch hinhaut. Hier steht der Mann, der schaut aus. Also das ist einfach der Tänzer schlechthin. Direktor Pichowetz, ich werde nie ein Engagement kriegen von dir. Wie freust du dich? Freust du dich aufs Tanzen? Letzteres nehme ich dich noch beim Wort. Ich werde dich anrufen. Aufs Tanzen freue ich mich sehr. Aber man bringt mir zur Zeit nur das Gehen bei. Biko, good luck for your dancing too. Yes, of course. Wisst ihr, was eine Mitternachtsquadrik ist? Da verfrachten wir euch dann um Mitternacht hin.